Murphys Gesetz Ein Brief Holy fucking shit ich kann den Wasserhahn aufdrehen! Man dieses Spiel hat ja wirklich totale Freiheit Man kann ja alles machen, Wahnsinn, Wasserhahn Yay Das ist lustig Straße fahren ist viel zu mainstream Oh, ah, das klappt ja prächtig Hm, scheiße, fuck Mann, oh mein schöner getuchter Wagen Ah, ich will, ah, komm, los Kann ich irgendwie hüpfen? Nee, nee, natürlich kann ich nicht hüpfen Ob ich den wieder gerade kriege, wenn ich gegenrenne? Ah, ah Ja, geil, Mann Ich habe einen harten Kopf Fuck, jetzt stecke ich hier schon wieder fest Ah, fuck Fuck, jetzt muss ich diesen Polizisten umbringen Ah, yes Los, Otto So, das klappt bestimmt Ah, ah, jetzt wollte ich mich umbringen, Mann Ich bin doch nicht mal 10 Meter gefahren Fuck, ah, au Lass mich in Ruhe bollen Macht eure Arbeit und Ah, ah, nein, 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 nein Ich bin fast tot Fuck Ah, ah, au, au Mein Gott Du blöder Wichser Ah, ach, fuck Da war ja noch einer Okay Erster Versuch Ich bin circa 60 Meter gekommen Cool Diesmal klappt's aber Diesmal klappt's, diesmal klappt's Diesmal klappt's Ah Ah Äh Kann ich rückwärts fahren? Kann ich rückwärts fahren? Mh, fuck 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 Aber immerhin hänge ich jetzt andersrum fest, ne? Das ist doch schon mal was Die sehen doch, dass ich hier Auto fahre Mein Gott Müssen die da langlaufen? Fuck Jetzt stecke ich nochmal fest Scheiße Yes Yes Yay Oh, ich hab's nochmal geschafft Ah Standardausrüstung eines Mechanikers Ne Pumpgun Bam Fuck Ah, fuck, 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 ah Fuck Ah Scheiße Ob's diesmal klappt, wenn ich ein bisschen langsamer fahre? Ah Yes Geil Okay, das ist jetzt auch nicht gut Fuck Ah Fuck, ich werd erschossen Du, du Bastard Fick dich Au, au, au 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 Mann, ich fahr zehn Meter und schon wieder will mich irgendjemand umbringen, was soll das? Ey, wenn ich einfach auf den Bürgersteig fahre, werd ich's bestimmt überleben, weil hier sind ja nur ein paar Hydranten und ein paar Menschen Werkt da Au Fuck Und Der super mega krasse Sprung Richtig hart Einkaufsschießerei Oh mein Gott, sie verschießen die ganzen Bücher, ihr Schweine Hm, ne Kasse, ich will die Kasse plündern Zutritt nur für Mechaniker Fick dich Du auch Ich hab gesagt, fick dich Mein Gott Fickt euch Mann, was sind das für Polizisten? Die haben doch gar nichts gemacht Außer ein paar Diamanten geklaut Aber deshalb wollen wir doch nicht uns umbringen Au, au Fuck Ich dachte, die Steiner hätten ein bisschen mehr aus Ich seh überhaupt nichts Ah, da ist einer Bam, bam, bam Haha Mann, haben die gute Deckung Boom Und nochmal boom Die Polizei will mir ein Gußfeld verpassen Ein Bußgeld steht da oben Ja Das machen sie mit Waffen Maschinengewehren Und what the fuck Was soll das? Grad eben war ich gar nichts Dann kau ich ein Auto Und plötzlich will mich die ganze Stadt umbringen Ah, ich bin zu schnell Ah, fuck, 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 ah Da geht's tief runter. Toll. Bumm. Das war meine Abkürzung. Ah, wow. Ah, fuck. Fuck, wo bin ich denn jetzt hier? Ah, ich hau lieber ab. Zu Fuß geht's bestimmt schneller. Hier, spring runter, spring runter. Ist doch nicht so tief. Brichst hier höchstens die Beine. Fuck, jetzt wollen wir irgendwie wieder zwei Gangster umbringen. Ich hab doch nur die beiden Typen da umgefahren. Ach nee, ist ja nur einer. Den mal ein umgefahren. Mein Gott, können die doch mal verkraften. Die sind immer so kleinlich hier. Ah, fuck. Ich werd von allen Seiten beschossen und ich weiß nicht mehr von wem. Ah. Irgendwie hab ich immer mehr Schießereien, wenn ich nur von A nach B fahre, als in den eigentlich geplanten Schießereien vom Spiel. Diese Möglichkeiten in diesem Spiel sind einfach der Wahnsinn. Ich kann nicht aus anmachen. Oh, jetzt kann ich mal hier dunkel. Gebt wohl. Das ist eine Abkürzung. Wow. Ah, fuck. Und nochmal. Aber diesmal funktioniert es. Glaubt mir, glaubt mir, glaubt mir. Uhuhu. Ah. Yes. Okay, jetzt ist der Motor kaputt. Scheiße. Okay. Okay.